da das verstehe ich nicht ganz klar die Hörner die Hörner okay das tut mir jetzt ehrlich gesagt ein wenig leid ich habe mich überhaupt keine Ahnung was ich hier machen soll Prozent mit ihm mit ihm zu tun was sie von mir wollen das hat mich jetzt nicht ganz verstanden hallo Prozent hallo ja sie haben hier natürlich die Habe sie hofer daneben 4 ja wir wollen gar nicht wenn ich so empfangen werde wenn ich dann sparen nur die Schilder die alle mal dicken Kopfschussgewer Prozent Prozent der Kastner Jürgen Lager die Barung der Partie die mehr Prozent Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Wanne gerade, weil, äh, wie ihr gerade gemerkt habt, ist meine Monimale. So, jetzt heißt es immer Renne. Hippie. Ich werde gerne durch Städte, die ich nicht kenne. Tor mir sind nicht ganz so schnell wie ich. Vielleicht nämlich die Arschkarte. Ja, komm, spür. It's locked. It won't open. Na toll. There's some kind of symbol on the door. Okay. Ach man, hau doch mal ab. Hey, hab ich dir was getan? Nein, hau ab. Oh, ich küsse. Hey Q, bist du auch infiziert? Ach nee. Na, das ist ja toll. Hier steht schon alles. Ach ja, schön heilen hier. Ja, komm her. Was willst du? Ach nein, doch nicht ins Face, ey. Okay, okay. Okay. Ja. Das war nix. B. Okay, nochmal. mal so Leute jetzt geht's los ich fange es an zu spielen das eben war nur Übung ich hoffe jetzt verstehe ich ein bisschen mehr was hier wird das mit diesem Look gemeint ist der Zoom klappt irgendwie bei mir nicht keine Ahnung warum Controller Lass mich nicht hängen die singen ja toll Ach bitte Controller lass mich nicht hängen steht Write und dann Zoom aber was meinen die denn mit Zoom bitte sagt mir es doch einfach ich hab mich jetzt vielleicht irgendwas irgendwas falsch eingestellt am Controller oder was ich weiß es nicht vielleicht jetzt mal schauen L L L L Nein aber ich hab die Störung jetzt kann ich jetzt nicht mehr klar toll L 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 das war aber der Kontrolle will nicht so wie mir Prozent nachdem hat mich geht auch gut die Hälfte da sehr schön dass du nicht gesehen hast bei uns und jetzt nicht alle hinter mir wenn ich jetzt hier langlaufe naja ja ja kannst du es nicht mehr So. Und Stücke. Papp. In deine Fresse. So. Oh, ich muss unbedingt Munition sparen. Ha. Ja. Wenn man jetzt mit dem, äh, wenn man mit dem Ding hätte anvisiert, dann hätte man jetzt dann hätte man eigentlich den Polizisten gesehen, der da hängt. Uh. Irgendwie wurde da gar nichts draus. Das letzte Mal hat das geklappt. Und da kommen auch schon die nächsten Kandidaten. Ach, der duckt sich mal eben weg. Schon wieder? Hallo, hast du einen Schaden? Kannst du gehen? Aber du kannst dich nicht schlafen. Schieße die doch nicht in eine schöne Munition an dir. Ach, Mensch. Geh drauf. Nein, das ist jetzt nicht zu viele, ganz ehrlich. Oh, ich bin die Fresse. Nööööööööööö. Boah, Biaatsch. Jo. Ach, nee, du. Oh, nee, nicht noch mehr, ey. Ich bin, ich bin da sowieso schon da. Schnell, ich bin. Trank gefressen, trink gefressen. Oh, nee, ich bin da. Ich will jetzt hier ein bisschen streue über there. Oh, nee, ich bin da. Oh, nee, das ist jetzt hier. Oh, nee, ich bin da. Huh. Oh, nee.